Hallo. Oh, da ist was drauf. Hallo. Hallo Leute. Wir sind hier gerade vor dem Compound von Hanna und Leanna, den beiden anderen Freiwilligen, die uns hier in Ruanda begleiten. Ja, und jetzt haben wir gerade den Gatsap hier draußen noch getroffen. Hallo Leute. Hallo, das ist Johanna, meine Mitverwältige, die mit mir zusammen wohnt. Und ich dachte, wir gehen jetzt einfach mal hoch und gucken, ob wir mal kurz reinschauen können. Ich weiß nicht, ob die noch schlafen, aber gucken wir mal. So, das ist hier quasi der kleine Weg hoch zum blauen Tor. Und hier müssen wir klopfen. Do you have a key? Oh, it's open? Das ist der Platz, wo eine ganze Menge Leute zusammenwohnt, verschiedene Freiwillige auch schon die letzten Jahre zusammen gewohnt haben und Hanna und Joana auch hier und Ryan gecrashed sind. Und wir gucken mal, ob wir die finden und ob wir die mal wecken dürfen. Dürfen wir euch mal kurz hier stören beim Frühstück? Das ist Hanna und das ist Leander. Schön beim Frühstück essen. Ja, ich dachte, ich laufe mal hier durch die Gegend und zeige, wo ihr wohnt. Ich hoffe, das ist okay für euch. Für den YouTube-Blog, wenn du willst. Ja, aber du bist so schön als Natur und ich will dich nur überraschen. Kann ich ein bisschen rumlaufen hier? Ja, natürlich. Of course. So, das ist Leandas Zimmer. Kleiner Schrank. Oh ja. Oh, ist er. Mit Notenständen hinter der Ecke. Ich hab jetzt auch gar nicht extra aufgeräumt. Ja, ist doch super. Ich will auch zeigen, wie ihr richtig in Nature wohnt hier. Mit einem kleinen Mückennetz. Das ist ganz praktisch, damit einem die scheiß Dinger da nicht in die Fresse fallen. Notenstände habe ich schon gezeigt. Schönes Frühstück, eine super bequeme Couch. Wenn ihr euch anguckt, wie wir wohnen, seid ihr, dass wir auf jeden Fall nicht so super bequeme Couch haben. Jo, dann gibt es hier so ein geiles Waschbecken und ein Spiegel und eine kleine Küche in der Ecke. Was ist das, bitte? Alles gut. Wollt ihr was sagen? Alles, alles. Das ist überrufen. Ja, ich weiß. Das war der Plan. Ja, das, was Afghina Rwanda überwunden bedeutet. Ja, das weiß ich auch nicht. Das ist hier mein Zimmer. Naja, sicher. So schön kann es ja nicht sein, oder? Irgendwas Schlimmes drin? Okay. Dann kommen sie rein. Dann reicht es. Dann willst du eine kleine Führung machen. Hier sehen sie einen Schrank. Weißt du mal, hier kann man hier in den wunderbaren Hinterhof reingucken. Der schönste aller Rauchplätze auf der wunderbaren Kiste da oben. Ja. Mit geilem Ausblick. Nice. Und eine richtig geile Ecke zum Sachen hinpacken. Schön. Ja, geil. Willst du uns noch mal kurz dein Klo zeigen, wenn du schon mal dabei bist bei so einer schönen Wohnungstour? Ja, ich würde mir erst mal die Hände waschen. Ja, das darfst du machen. Ja, dann will ich euch hier weiter beim Frühstück stören und sag mal Tschüssi. Ja, hier kommen wir in die Area des wunderschönen Clothes. Wir haben hier eine Mückenzucht im Bad. Hier ist unsere Dusche. Leider ohne Licht. Aber hier sieht man schon, wie einem die Mücken entgegenfliegen. Es schwirrt und riecht nach Moskitos. Beziehungsweise an so ein Ding. Hier im Klo lässt das Licht anbissen, da will ich jetzt nicht reingehen. Nein, ich reinfährt. Da ist jemand drin dabei. Hier kann man nämlich die Türen auch nicht zumachen. Dann hier das zweite Klo. Hier sieht man schon schön die Moskite schwärme. Ein kleiner Eidechse an der Wand in der Ecke. Oh, sweet. Das ist ein Naturklo, würde ich sagen. Malaria gibt es ja auch nicht. Malaria gibt es ja auch nicht. Malaria incoming. Ich weiß nicht, ob es auf der Kamera sieht. Ja, so ein bisschen rumgeschwurr. Richtig nice. Ja, aber es geht doch klar, oder? Man gewöhnt sich doch irgendwann dran. Ich hab mich schon dran gewöhnt. Ich bin seit glücklich. Ja, siehst du wunderbar. Ja, dann, wenn du schon... Das waren die in unserem Kompond auch oben. Ja, die haben wir gerade schon am Eingang getroffen und sind denen auf die Nerven gegangen. So, wenn du schon so eine Schuhe machst, willst du nochmal die Rauchelke zeigen? Du bist ja quasi Hausherrin. Ja, das hat hier der erste Wollentilbepflanzt. Einen schönen Baum. Sieben Jahre alt. Schön hoch. Keine Ahnung wie er heißt. Ich hab jetzt auch eine kurze Hose an. Geht auch eigentlich gar nicht so draußen. Wirklich so nicht. Ja, ich bin auch mit kurzer Hose draußen. Schon ganz viele böse Blicke bekommen. Das ist auch normal. Bobby Marley ist mit am Start hier. Hier ist Hannas Zimmer von gerade event. Hier ist die Chill-Rauchecke mit dem geilen Ausblick. Das ist die Ecke, wo sich alle Freiwilligen verewigt haben, die hier so gewohnt haben. Ja, da gucken wir mal mit hoch, wie das aussieht. Wir haben schon einige schöne Minuten verbracht. Weil der Ausblick über Kigali ist halt einfach traumhaft. Also hier lässt sich's leben. So, wollen wir das alles nicht in die Länge ziehen. Also, in dem Sinne, vielen Dank fürs Zugucken und Tschüssi. Ich werde dann jetzt auch allen meinen Freunden diesen Blog empfehlen, damit die dann auch sehen können, wie ich wohne und ich nicht selber diese Arbeit reinstecken muss und da irgendwas zusammenschneiden. Ja, easy going. Ciao. Ciao.